Gegrüßet seist du Corona, du Virus im Strahlenkranz, bist du ein Globalbewohner oder nur ein Laborpupanz. Alle Jahre wieder kommst du zur Frühlingszeit mit Husten und mit Fieber und dann im Herbst erläut. Trägst du deine Krone, einst Lucifer, sitzt du auf dem Throne, der Weltmachtmanager. Die Kunst der Verwandlung ist deine Strategie, du zwingst zur Gegenhandlung mit Pharmakologie. Du änderst unser Leben einfach über Nacht. Wem kommst du da entgegen? Wer hat dich groß gemacht für einen schnellen Test? Wer ist der Demokratie, der die Massen steuern lässt mit Psychologie? Wer hebt dich in der Medienwelt auf Platz Nummer 1? Wer ist's, der schon Milliarden zählt im Kern dieses Vereins? Der Kampf im weißen Kittel ist nun angesagt und das Gegenmittel ist allerorts gefragt. Es zeigt sich schon der Retter im Nachrichten-TV. Äußerlich ein Netter, doch insgeheim sehr schlau. Dein Beitrag zum Klimaschutz ist phänomenal. Du bist ja doch zu vielem Nutz zum Stopp, auf jeden Fall. Sei gegrüßt, Corona, du hast uns viel gebracht. In der Neunormalität sind wir geschützt und gut bewacht. In der Neunormalität ist das ganze Zeit, in der Neunmalität ist das ganze Zeit. In der Neunfalls-TV-Zerechnik ist das ganze Zeit. Vielen Dank.